jo leute und damit willkommen zurück zu paravid mit dem flash mit centus hallo hallöchen na lila kopf lila kopf lila kopf lila kopf wir schatten pilzfabrik pilzfabrik wo sind wir eigentlich gerade hier in deiner komischen neuen hütte nicht in meiner sondern die gehörte villager und das ist die kleine stadthalle wo sich nachher die ganzen villager treffen werden und die haben wir sagen unsere kleine alchemie station und ich weiß nicht warum wir sich die pilze verbreiten ich habe keine ahnung ja ja also hier waren vorher drei und jetzt sind es mittlerweile vier hier ist einfach nur so eine kleine stadthalle eine kleine an seine halle zynischen pilze plus zwei kleine schlafräume noch extra wenn wir vielleicht mal gäste haben können die auf jeden fall hier schlafen etwas spartanisch eingerichtet aber so werden wir was fürs auge tschüss macht aber die tür von meinen augen kopf oben ist leider nix da kommt aber auch noch was schönes hin vielleicht so eine kleine bibliothek oder sowas müssen muss ich mal gucken hinten sind unsere schönen tower die ersten beiden da kommt noch mehr von da kommt noch mehr von und auch noch ein ganz großer so derzeit bastille ich noch an der nächsten hütte ja also der hat so ein schaden der typ ist aber auch schon mal sorry dass in letzter zeit nichts kam ach das kommt man bekommen vor zwei tagen oder gestern glaube ich eine folge ja ja glücklich ich habe zwischendurch so wenig bei mir lebt der pelikan vorsicht belikan hier kommt die nächste hütte und zwar ist das für die holzfäller man sieht schon ja so leicht holzfäller blöcke sind hier schon hier sie wird noch ein bisschen ausgebaut das ist jetzt noch die erste station ich könnte glaube ich mein wäre ich nicht schlau könnte ich im bild einblenden wenn du dran denkst ja da denke ich drin oder gar nein 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 bloß nicht in diese richtung gehen wollen wir gar nicht erst mit anfangen dankeschön für die sind blöcke es war ein schlag und tot so was haben wir denn heute vor wenn ihr was zentos heute vormacht ich werde noch paar dinge erledigen was wird was jetzt eigentlich muss mich waren warum laufen ich gebe den ganzen weg bei mir ist das arbeitsmäßig gewesen viel zum arsch und dann nämlich halt nicht auch zieh dich auch mal raus aus dem arsch dann wäre es nicht so ekelhaft hahaha alter knallkopf also auch lustig finde das tor ist einfach voll klein das kann ich noch nicht ich sehe gerade dass das fehler links fehler links in der matrix ist ein bisschen fehler das geht aber das wird noch eine station höher gezogen ist nicht so niedrig stück mauer gibt es auch schon da also nicht so weit weil der fluss noch umgezogen werden muss und den ganzen käse aber leider noch keine zeit zu gewohnen wenn wir so gebäude eingefallen sind und kommt ihr noch links ein stück mauer sie wie sie vorher gesehen haben hier so an der wand entlang damit der berg halt so mit der mauer fusioniert ich muss ein bisschen hier muss ein bisschen schön gemacht werden und dann kommt sie auch nach und nach weiter auf rechten seite in der stadt führung sehen wir und spawner raum mit zombies müssen wir das ding auch noch mal irgendwann abreißen oder was hat das wird vielleicht noch geändert mal gucken es gibt ja diese dia dolly oder so wurde ja die spawner wegtragen ganz guten tag wer ist denn da ach das check stimmt jack jack ist unser neuer mitarbeiter mitarbeiter des monats er sammelt holz für uns ja die machen das alles im takt siehst du das weil flash tv dazu ist und wenn man schon immer drauf hat dann kann man automatisch immer die drei jack jay und willi sind ganz gut die arbeit im takt bei mir wo willst du hin hallo mister hallo entschuldigung entschuldigung wo wollen sie denn hin zurück an die arbeit bitte ist es noch hell okay okay kommt wieder er ist anders umgegangen nein er war glaube ich essen holen der trottel ich bin jetzt mir noch eine kiste schnappen ich wollte ich wollte eigentlich das ist nicht mein haus als jojos ist gar nicht weiter mit leute gekommen ist nicht wirklich heute aber der keller schon etwas gemacht hat ja ein bisschen hat er schon hier reingemacht paar kisten ja beim letzten mal war es nicht so groß naja da mittlerweile haben wir bekommen hat er die zelda blöcke in der nähe ach du scheiße natürlich eine arschkarte ja das ist natürlich mies ich weiß noch nicht wie man die weg bekommen keine ahnung das war ja auch nicht mal schauen ob unser quasche heute mit dem ganzen zeug mal fertig von game mode die einfach wegkloppen ganz ehrlich vielleicht geht es doch irgendwie das kennen wir hier ja schon ja das ist ja quasche da kommt heute auch noch maschine noch zu den ganzen komischen scheiben reingemacht hat wo diese glaspanel sind doch schon länger drin die glaspanels aber nicht zuletzt wo ich drauf weil das war mit dem eberrost wo ich zuletzt drauf war ja ja da waren die glaspanel doch die waren auch schon drinnen nein doch nein doch definitiv das haus habe ich fertig gemacht da waren die glaspanels aber nicht können da könnte ich mich daran erinnern nein da waren wirklich welche drin ja aber nicht solche doch doch weiß weiß weiße glaspanels waren da immer drinnen klar hat fatti doch fertig gemacht hier hat sie meine ich noch was für mich gebaut für mich für mich gebaut warum ob tim noch was fertig gemacht hat ne soweit ich weiß nicht der hätte jetzt glaube ich das glaube ich jetzt dabei erde zu brennen deswegen habe ich mich gewohnt der erde brennt aber der macht glaube ich da die schlucht will er jetzt anfangen weil ich weiß will er an der schlucht arbeiten dass sie halt sozusagen in dem boden mit verbrannter erde nach unten hingeht wird da jetzt was vor so war glaube ich auch der platz so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020